Und ich sage Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part Mass Effect 2. Ich bin hier in dem komischen Gefängnis und eigentlich wollte ich an dieser Stelle, also der Plan war, hier einen Gefangenen abzuholen, den Cerberus, so, den Cerberus eigentlich gekauft hat, damit wir den mitnehmen können. Und jetzt hat sich aber herausgestellt, der Gefängniswärter möchte uns hier irgendwie viel lieber mich selbst als Gefangenen halten. Ja, und nee, das finde ich irgendwie doof, deswegen möchte ich das natürlich nicht so gern. Ja, und jetzt stehen wir hier und werden angegriffen von den ollen Blue Suns. Nee, das kommt, wenn du dich mit solchen Leuten echt, ja, ich sag, ich hab's im vorherigen Part schon gesagt. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob hier die, ähm, mal hier, den hier bitte, ob hier die... Nichts, keiner. Ich werfe sie um. Ja, werfe sie um, alles klar. Ob hier die Gefangenen schlimmer sind, die schon wirklich böse Jungs sind, nee, oder ob das eher... Oh nein, was ist das denn gewesen? Guck dir das an hier. Was ist das denn? Okay. Ich, ähm... Okay. Oder ob hier die... Die Gefängniswärter schlimmer sind, das, ähm, war nicht so ganz klar, nee. Aber wenn ich mir das hier so angucke... So, nächster hier. Ach, der steht in Deckung jetzt. Alles klar. Oh, was? Warte mal, ich muss mal... Ach so, kann ich hier nicht. Verstärkung zur Entlassungsstelle. Shepard läuft frei rum. Shepard läuft frei rum, ja geil. Ach, guck mal, jetzt fliegt er hier brennend durch die Gegend. Ist ja auch geil, oder? So, guck mal, könnte ich bitte... Ich brauch nämlich mal zu nennen. So. Weißt du, das schadet ja nicht, ne? Hier so Munition und so, ne? Da denke ich, kann man ja immer mal brauchen. So, hier, jetzt kann ich gucken. Na genau, während sie auch zuschweben. Das Ding ist nämlich cool. Ah, nee, das wollte ich hier drauf lieber. Kann ich das hier drauf machen? Ähm, ja, egal. Dann halt auf den anderen. So. Ja, anscheinend haben die nicht mehr zu bieten. Reicht das denn nicht? Ich hab jetzt hier halt auch zwei so eine Kampfkerle hier mitgenommen, ne? Also. Okay. Mun, 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 mun. Das ist natürlich schon... Ja, aber wo müssen wir dann lang? Weißt du, das ist zufällig? Guck mal, ich nehm jetzt... Oh, oh. Okay. Fenris, Mac. Okay. Ähm, so. Und so. Alles klar. Wo müssen wir denn lang? Müssen wir hier lang? Ich kann ja hier mal gucken, ne? Hier wieder zurück, oder was? Ah, jetzt kommen die von da... Ne, das find ich jetzt... Ey, das find ich jetzt aber richtig doof hier. Das find ich nicht nett. Guck mal, ne, weil das sind nämlich auch viele, ne? Das find ich nicht schön. Ach so, der hat ein Schild, deswegen geht das nicht. Ach, kacke, ey. Sie sind durch meine Schilde durch. So. Alter, wer war, alter? So. Oh, ich bleib mal hier in Deckung, ne? Sonst bin ich hier gleich tot. Ähm, zack. Tod ist doof. Also, Tod ist grundsätzlich doof. Ich konnte auch wieder nicht abspeichern, ne? Ich ja... Weißt du, ich rechne ja wieder mit nichts, ne? Da weißt du, das ist ja bei mir, ist das ja Normalzustand hier. Ja, ich glaube, ich könnte mal... Ah, 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 ah. Okay. Ach, das sieht schon... Von den Animationen her find ich das, ähm, Entdeckung gehen hier echt so ganz cool eigentlich, ne? So, jetzt aber hier. Zack. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Okay. Sind meine Jungs hier bei mir. Das ist schön. Oh, ja, Shepard ist frei, Shepard ist frei. Du kannst mich mal am Popos lecken. Achso, du brennst schon. Oh, das ist Element Zero. Das möchte ich gerne haben, bitte. Wo ist denn das drin? Hier. Okay. Warum kann ich hier nicht speichern? Das find ich doof. Medizinische Station, ja, nehm ich auch mit. Okay. Dadurch wird jede Tür im ganzen Zellenblock eröffnet. Oh, Gott. Es ist der einzige Weg. Oh, Gott. Ich mach schon. Bereithalten. Ohne Scheiß. Ich weiß, ich wär einfach ohne den Jack gefahren. Jack ist klein. Oh, das will ich sehen. Gehen wir. Jack ist in erster Linie mal... Also, erst mal ist Jack eine Frau. Was mich ja schon mal verwirrt bei dem Namen, ne? Also, ich bin verwirrt. Und Jack ist ganz schön tätowiert. Aber... Na gut, man kann nicht alles haben. Ja, gehen wir. Gehen wir jetzt Jack holen. Los, ich will sehen, wie lange sie durchhält. Ja, ja, wir gucken, wie lange sie durchhält. Wo ist sie denn hin? Guck mal. Sie hat ja alles kaputt gemacht. Was kann ich da denn jetzt... Ey, wie geil ist das denn? Das nehm ich mit. Alter, die ist ja voll hart drauf. Ordnung, Ordnung wiederherstellen. Tödliche Methoden genehmigt. Tödliche Methoden genehmigt. Tödliche Methoden genehmigt. Oh, man sieht das so schlecht, gell? Ich seh hier nischt, ey. Wo muss ich denn lang? Da lang. Oh oh. Ich brauche Deckung. Ich brauche Deckung. Ein Mädchen hat das alles getan? Wo deckst du dich denn? Ach, da oben sind welche. Ja, ich seh schon. Okay. Ja, direkt auf den Arsch. Direkt auf den Arsch. Ich bin gut, das finde ich gut. Ich bin doch nicht... Ich wollte... Ja, ja. Luftschleusen. Hier, komm her. So. So, was bist du denn hier hinten? Zeig mal. Was kannst du denn? Was bist du denn? Ich seh hier nischt, ey. Ja, kann ich... Komm ich auch nicht gut ran jetzt, ne? Ach, ist schon tot. Deswegen. Dann, ähm... Auch wie? Aua. Ja. Ja, ist alles gut. Ich muss jetzt erstmal hier verschnaufen, weil sonst bin ich gleich leider tot. So. Einen anderen Weg nach draußen. Ja, das sollte womöglich sein. Hier, guck mal. Jetzt nehmen wir erstmal den hier, oder? So, zackig hier jetzt. Go, go. Okay. Schilde sind weg. Jetzt hat er noch seine blöde Panzerung. Okay. Ähm, so. So, jetzt war man hier. Oh, 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 oh. Oh Gott. Ich möchte nicht sterben, bitte. Und könnt den mal bitte jemanden... Heu den Schlagschuss an! Uh, 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 uh. Das war aber... Ja, Mensch. Knappe Kiste, wa? So. Okay. Kommen wir weiter jetzt, oder wie? Ich trau mich überhaupt nicht. Das ist doch hier alles. Die sind das Vollere hier. Das sind doch nur Bekloppte. Warnung. Kraftwerkscheiben führt zu Überlastung. Kernsystemausfall steht unmittelbar bevor. Irgendwo kann ich... Ach, da. Ich wollte gerade sagen, irgendwo kann ich was scannen. Dann wird das oben nämlich schon immer angezeigt. Und dann, ähm, es stehe ich aber noch nicht da passend. Und deswegen... Man muss sich immer erst gucken, wo ich da hin muss. So, Energiezellen öffnen. Ja, mach ich auch. Abriegeln der Blöcke vier, sieben und acht. Ach, ich vergesse auch immer, dass ich noch die schwere, ähm, Waffe hab, ne? Also den Granatenwerfer oder was das ist. Das vergesse ich immer. Ich weiß auch nicht. Ich gehe rein. Oh, oh, Alter. Das war irgendwie jetzt nicht so gut, ne? Okay. Alles klar. Doch kriegen wir kaputt hier. Der Kaya nischt hier. Pass auf. Und zack. So. Ach, da unten. Ja, ich sehe schon. Okay. Ja, gut. Okay. Zackig. Oh, oh, die tun aber... Die tun ganz schön weh, ey. Das ist echt überhaupt mal nicht ein bisschen nett. Das findet auch nur der Kroker. Na gut, glaube ich. Hast du den Lachen gehört? Das finde ich geil. Okay. Okay, okay. Ah, okay. Nichtsgönner. Ja, Nichtsgönner, sagst du so. So. Ach, da oben wäre auch so ein explosiver Container zum Kaputt schießen gewesen. Siehst du? Das habe ich ja mal wieder nicht gesehen hier. Alles klar. Weiter geht's. Nicht mal nachladen schon mal. Vielleicht. So. Hülle beschädigt. Sektoren 12, 14 und 30. Keine Überlebenden. Ja, keine Überlebenden. Ja, siehst du, Mensch. Ist doch auch was wert, ne? So. Los, komm her hier. Liege unter Beschuss. So. Ja, Liege unter Beschuss. Da können wir jetzt nichts machen. Miss Shepard. Jammer nicht rum hier. Aber mal regenerieren, ne? Aber das tut ganz schön weh. Was auch immer die machen, es tut echt weh. Okay. So. Jetzt ist da hinten noch einer. Oder wie? Okay. Können wir hier mal irgendwie... Können die da mal rauskommen vielleicht? Das fände ich echt cool. So. Na, nee. Dann, wenn die da so in Deckung sind, ne? Ja. Ja, ich trau mich da nicht vor, ne? Ihr seid ja todesmutig, Männer. Können wir erst mal den anderen noch kaputt machen, da? Kratschuss. Okay. Alles klar. Die Munition mitnehmen. Warum muss ich das machen? Ihr seid doch da nur auch schon lang gelaufen. Oh. Okay. Alles klar. So. Ja, das und... So. Okay. Ach, da oben steht hier wieder so ein... ...so ein großes, ähm, dickes Ding hier. Ach, Mensch. Verdammt, ich habe die Schilde verloren. Ich habe die Schilde verloren. Ähm. Ja, nee. Alles gut, okay. Ja, den, ähm... Wollte ich noch. Ich behalte den hier. Und nicht machen die anderen den. Oh. Oh. Alter. Äh. Alter. Könnte der mal bitte wenigstens seine Schilde verlieren? Ich fände das echt total toll jetzt. Sieht man schlecht aus, wa? Äh. Mann. Ist das nicht nervig, ey. Aua. Aua. Oh, ja, na toll, weißt du. Ich... Das war... Das war für ein Po. Ja, bitte. Fortfahren hier. Kritisches Scheitern der Mission. Oh, ja. Das war, ähm, kritisch, ja. Das war ja auf alle Fälle, was nicht gut. Scheiße. Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, flankieren sie Gegner in Deckung. Ja, um ihren Vorteil auftreten. Ja. Wo war ich? Wo habe ich denn abgespeichert? Ich bin überhaupt nicht mehr im Bilde hier. Komm her. Ach so, ja. Mhm, okay. Abriegeln der Blöcke vier, sieben und acht. Ah, scheiße. Ah, Mensch, doch. Tötet sie. Ja, tötet sie doch nicht jetzt hier. Guck mal, das Gespräch hatten wir doch schon hier, oder wie? Eure Betäubung schlussbar. Wie darf ich das verstehen? Guck mal, was ist mit dir da oben hier, du Held, im Erdbeerfeld? Auf den Boden, sofort. Ach ja, genau. Da war hier der... Da, da will ich hinschießen. So. So, jetzt da unten noch der... Dovi hier. Den machen wir auch noch kaputt. So, genau. Und jetzt kaputt schießen. Guck mal, Schild hat er doch jetzt nicht mehr. Mach doch auch mal schießen hier. Genau. Danke. Äh, was bist du denn für einer? Wo kommst du denn her? Warum kommt da einer von hinten? Also, sag mal, ich glaube, jawolle. Langsam geht sie los. Hier ist noch weh, ich guck mal. Nee, aber ich komm hier nicht durch. Mein Hintern ist zu fett, ich komm da nicht lang. Alles klar, ja, ist ja kein Ding. Vielleicht mal noch nachladen. Dass ich das auch habe. So, und dann hier gleich wieder in Deckung rennen. So, genau. Und dann kamen da nämlich schon wieder die nächsten Helden hier. Ich kann ja zwischendrin noch gar nicht abspeichern. Das geht nicht. Funktioniert ja nicht. Was soll ich machen? Den hier. Den, den, den. Lass ich. So. Okay. So. Was ist... Äh... Ja, das war's. Genau, das finde ich nämlich auch. Hier, guck mal. Jetzt sind da hinten die beiden noch. Jetzt... Da sind hier meine, meine beiden, ähm, Kerle vorhin vorgelaufen. Ah ja, machen wir sie auch jetzt wieder. Okay. Ja, Mensch. Okay. Was haben wir hier denn noch? Munition. Oh Mensch, die schreien aber ganz schön, ähm, voller Schmerz wahrscheinlich. Okay. Oh, da sind sie. Oh, warte, 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 warte. Ja, Ärger, du machst das schon hier. Du bist doch hier der... Du bist doch hier der Kroger. Oh, nee. Oh, den kann ich durchsuchen. Guck mal, was kann ich den denn hier durchsuchen? Ach, da ist jetzt wieder... Ach, das ist der... Ach, ja, da war... Der, 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 der... Ach, Menno. Ach, komm schon. Ich will jetzt hier nicht sterben. Aber hier stehen bleiben, ähm, ist wahrscheinlich der sichere Tod, ne? Deswegen gehe ich jetzt hier erstmal in Deckung. Ja, löscht sie aus. Ja, löscht sie aus. Ich sag es dir. Ich finde das überhaupt mal gar nicht ein bisschen schön, ey. Guck mal. Ey, das ist aber auch mies hier. Ach, komm schon. So, jetzt kann man doch hier was machen. So, jetzt ist doch der, der Schild schon mal weg. Das ist doch gut. Effektiv gegen... Ja, hier, komm her. Ach, nee, komm, erst mal das hier. Los, zacke ich. So. Ach, jetzt, der hat wieder Schilder da hinten hier. Der, der Knilch, der da steht. Weh ist doch, Mensch. Feuer. Ja, nicht Feuer. Ach so, ich könnte ja mal... Pass mal auf, ich könnte doch hier... Kann ich den hier nicht? Hier da mit. Vielleicht. So, und jetzt hier aber. Raus aus meiner Deckung. Ja, bitte Bedrohungsanalyse. So, und jetzt hier hin. Oh, der ist kaputt. Der ist kaputt, der ist kaputt. Oh yeah. Chaka. Dann kann ich auch wieder meine normale Waffe nehmen hier. Oder wie? Mensch, du. Puh. So eine Action. Und nein, da kommen die von der anderen Seite. Die kommen von der anderen Seite. Die kommen von der anderen. Du gehst jetzt hier kaputt. Ich hab hier keine Zeit auf für Schnickschnacken. So. Okay. Und Entdeckung hier hinten. Hier stehe ich nämlich, glaube ich, ganz gut wieder, ne? Puh, das sind aber echt viele. Meine Fresse, ey. Was ist denn los hier? So. Also, die können auf alle Fälle sich nicht wegen... Ähm, zu wenig Personal hier beschweren in dem komischen Knast, oder? Da gibt's schon genug, würde ich sagen. So. So, der war tot. Genau. So, was ist hier mit dem? Go, go, go. Hat nicht gereicht. Scheiße. Einfach hier gucken. So. Wow. Ach, da. Ja, Mensch. Siehste. Das schwebt da rum. So, das sind hier meine beiden Kumpels. Alles klar. Ja, Mensch. Ist doch... Wir leben noch. Was wollen wir mehr? Finden Sie Jack. Höchster Alarm. Finden Sie Jack. Nee, weißt du? Speichern Sie ab. Speichern Sie ab. Geben Sie mir eine Möglichkeit zum Abspeichern. Tadda. Oh, den kann ich. Durchsuchen. Ah. Ja, hier geht's nicht lang. Ja, dann geht's ja wohl nur da lang. Ja, dann ist auch mal ne. Gehopft wie gedoppt, du. Was bist du denn für einer? Was stehst du denn hier so dekorativ in der Gegend rum? Okay. Ha, 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 ha. Gespeichert. Gespeichert. Puh, 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 puh. Ach so. Oh Gott, ja. Mhm. Da hab ich jetzt hier voll die Nerven zu. Ich sag es dir. Okay. Ähm. Okay. Puh, 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 puh. Sehr gut. 3.000 Credits, ne? Ist gar nicht so übel. Sie sind wertvoll, Shepard. Wenn ich sie verkauft hätte, könnte ich leben wie ein König. Aber sie machen zu viel Ärger. Wenigstens kann ich Jack wieder einfangen. Das glaube ich kaum. Sie sind ein mieser Sklavenhändler und ich habe dafür keine Zeit. Ich erledige die unangenehmen Sachen, die Regierungen abwälzen. Es ist zum Wohl der Galaxie. Ja, es ist zum Wohl. Ah, jetzt kommt hier der Last-Action-Hero-Kampf noch. Okay. Okay. Könnte ich mal bitte in Deckung gehen? In Deckung. Ach, hat er da noch so... Ah, kleine Kumpels hat er hier auch noch rumgegangen. Ach, hab mich doch echt gerne. Ja, na prima, weißt du. Ja, dann müssen wir die erstmal kaputt machen hier. Komm her. Ha. Okay. Zack. Ah, da muss ich den Schildgenerator... Ah, ich sehe schon. Der muss kaputt geschossen werden. Da oben auch. Ah, okay. Ach, das ist ja... Ich mag das ja, ne? Wenn du so Kampfmechanik ein bisschen hast. Ach, da muss ich hoch. Das finde ich cool. Okay. Dann gehe ich da hoch. Ah. Okay, ähm... Erstmal den hier. Wahnsinnsschuss! So. Und dann das Ding hier kaputt schießen. Okay. Alles klar, jetzt muss ich da drüben irgendwie noch hin. Vielleicht mal nachladen noch, dass ich die Mu noch einsammeln kann. So, und was bist du da hinten eigentlich für einer? So, du bist ein Commander. Ja, hier, ich commander dir auch gleich einer. Ja, ich, ähm, husch jetzt hier auch mal. So. Und vorruppen. Ja, ja, ja. So, schön. Ne, hier. Dich, ich wollte dich. Okay. Kommt da. Der Kroganer, der gefällt mir echt. Den finde ich gut. Der freut sich da eins, ey. Das ist so geil. Okay. Was ist... Da hinten bist du. Okay. Das wird nicht, ähm, Gegner. Doch, hat, hat, ähm, hat gepasst, ne? Jetzt müsste ich da nur noch... Ah. Zack, 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 zack. Ah. Na, naja, nicht ganz gereicht. Ich, ähm, gehe mal rüber zur Zeit hier. So. Oh, ja, wer hier bezahlt, ne? Das werden wir feststellen, Kollege. Ich stehe hier mal, aber natürlich mal wieder besonders beschissen, ne? Also, das muss ich schon sagen. Jetzt war nicht, nicht so, nicht so, nicht so gut jetzt. Aber, naja. Na, so ist das Leben manchmal. Ja, komm her, hier. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ach, mir ist einer gestorben hier. Syed ist gestorben. Alles klar, das ist natürlich ein bisschen uncool. Den, ähm, erwecke ich gleich wieder. Ich will jetzt hier erst den Kerl tot haben, wenn's geht. Weil, und so. Ah. Ich hier sonst nämlich ungünstig stehe. So, jetzt aber. Okay. Jetzt hier da hinten ist noch einer. Ähm. Kommst du da ran? Du kommst da auf alle Fälle ran, ne? So, komm her. Ah, ne, ne. Hm, ich komm zu dir. Ach, der hat auch wieder ein Schild. Ey, die sind ja echt nervig, du. Das sind wirklich, das sind so richtige Pestbeulen. So, ich mach jetzt hier den Schild erstmal. Guck mal, den Schildgenerator kaputt. So. Ah, da ist auch noch einer hinter, ne? So ein Schütze. Guck mal. Kann mich davon hier vielleicht ran. Nee, natürlich nicht, ey. Wie soll's auch anders sein? Komm her. Ich werfe sie um. Ja, ich würd hier gerne... Ah, jetzt könnte ich hier... Guck mal. So. So. Gut. Ja, ähm, Feinde, hier ist alles voll Feinde. Na, das merkst du ja mal früh, ne? Warum geh ich hier nicht in Deckung? Was ist da los? So. So, Direktor Coral, 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 Coral. Mit mir nicht, du! Idiot. Gut. Okay. So. Weiter geht's. Jetzt. Zack, 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 zack. Komm, 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 komm. Na, einer geht noch hier, komm. Na, den haben wir doch gleich. Gleich hat er's hinter sich. Tahirikon. Geist. Severus. Wovie. Ja, gern geschehen. Ich bin hier um Sie um Hilfe zu bitten. Sie tauchen in einer Cerberus-Fregatte auf, um mich irgendwo hinzubringen. Halten Sie mich für bescheuert? Dieses Schiff wird in Flammen aufgehen. Wir können Sie in Sicherheit bringen und bitten um Ihre Hilfe. Erschießen Sie sie einfach und beleben Sie sie an Bord wieder. Versuchen Sie es ruhig. Oh Mann, ey. Wir werden Sie nicht angreifen. Gute Entscheidung. Wenn Sie wollen, dass ich Sie begleite, müssten Sie mir schon was anbieten. Ja, was wollen Sie denn? Was ist denn los hier? Was möchtest du denn? Woran wären Sie denn interessiert? Ihr Schiff hat sicher jede Menge Cerberus-Datenbanken. Ich will Einsicht. Ich will wissen, was Cerberus über mich weiß. Wenn Sie mich im Team wollen, lassen Sie mich die Datenbanken durchgehen. Jo. Ich gebe Ihnen vollen Zugriff. Sie sollten besser aufrichtig mit mir sein. Warum zum Teufel stehen wir dann noch hier rum? Gehen wir. Der Burner. Das ist der absolute Oberknaller, ey. Okay. Also, ja gut. Gruppenpunkt erhalten müsst ihr uns zusammenfassen. So ein Gefangene mit dem Namen Jack für das Team rekrutiert. Verrat an Shepard durch Pojotori nicht hinnehmbar. Konnte Geldüberweisung zum Glück zurückbuchen. Muss möglicherweise Schritte gegen die Blue Suns einleiten, um Konsequenzen von Einmischung zu demonstrieren. Ja, da habe ich da ein Schild-Upgrade. Die Upgrades habe ich auch noch nicht gemacht, ne? Ein Waffen-Upgrade. Credits. Ein bisschen Element Zero. Dann schließe ich mal den Bericht. Und mit dem Schließen des Berichts beende ich auch die Folge. Es ist jetzt etwas länger geworden, einfach weil ich das gerne dann rund abgeschlossen haben wollte. Ich wollte da nicht jetzt mitten im Endkampf irgendwie abbrechen. Ist ja auch doof. Ja, und dann würde ich sagen, ich danke jetzt wie immer sehr, sehr fürs Zuschauen und freue mich, dass du dabei gewesen bist. Oh, ja, die Sequenz gucken wir jetzt natürlich noch. Willkommen auf der Normandy, Jack. Ich bin Miranda. Shepherds Stellvertreterin. Auf diesem Schiff werden Befehle befolgt. Sagen Sie den Servos, Cheerleader. Sie soll Abstand halten, Shepherds. Ich bin nur wegen unserer Abmacht in dir. So, genau. Und das jetzt kann ich mich verabschieden. Zack, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.